SpaceX startet zweiten Versuch, Corona-App kann kommen und Arms-IP-Blöcke. Nachdem der erste Start am Mittwoch aufgrund der Wetterbedingungen abgebrochen werden musste, will das private US-Raumfahrtunternehmen SpaceX am Wochenende einen neuen Versuch starten. Sein Raumschiff Crew Dragon soll mit zwei Astronauten an Bord zur Raumstation ISS fliegen. Es ist der erste bemannte Flug der Crew Dragon und der erste Flug einer US-Raumfähre seit fast neun Jahren. Damit sollen US-Astronauten nicht mehr auf russische Raumschiffe angewiesen sein, um zur ISS zu kommen. Das Event wird vielerorts live übertragen, unter anderem von SpaceX und NASA TV. Am Samstag um 21.22 Uhr mitteleuropäischer Zeit soll die Rakete abheben. Einen alternativen Termin gibt es am Sonntag. Einen Rückschlag gab es diese Woche auch für ein weiteres privates Raumfahrtunternehmen, Virgin Orbit. Es scheiterte mit dem Versuch, eine Rakete von einem Flugzeug aus starten zu lassen. Es gab in einer frühen Flugphase Anomalin, der Test wurde beendet. Ein neuer Anlauf soll bald folgen, falls die Ursache leicht zu beheben ist. Apple und Google haben die technischen Voraussetzungen für den Start einer Corona-Warn-App in Deutschland geschaffen. Mit der neuen iOS-Version 13.5 und aktualisierten Google-Play-Diensten ist in den Smartphones eine neue Bluetooth-Schnittstelle enthalten. Sie soll eine datenschutzfreundliche und akkuschonende Kontaktverfolgung ermöglichen. Dazu senden und empfangen die Geräte anonyme Identifikationsnummern. Allerdings ist die deutsche Corona-Warn-App immer noch nicht fertig. Sie soll erst Mitte Juni an den Start gehen. ARM hat zwei CPU-Kerne, eine Grafikeinheit und einen KI-Beschleuniger für Smartphone-Chips vorgestellt. Der Cortex A78 ist schneller, kompakter und effizienter als der bisherige Cortex A77. Der Cortex X1 rechnet gleich 30% flotter, benötigt aber mehr Platz und Energie. Bei der Mali G78-Grafik lag der Fokus auf zwei getrennten Taktdomänen. Bei der Ethos N78-NPU wiederum verspricht ARM die doppelte Inferencing-Leistung. Für das Setzen von Werbekookies im Internet müssen Webseitenbetreiber sich die ausdrückliche Zustimmung von Nutzerinnen und Nutzern einholen. Das entschied der Bundesgerichtshof am Donnerstag in Karlsruhe. Eine Einwilligung mittels eines voreingestellten Ankreuzkästchens stelle eine unangemessene Benachteiligung des Nutzers dar. Da das vollständige Urteil noch nicht vorliegt, sind die Auswirkungen auf Cookie-Banner noch nicht abzusehen. Mit etwas Verzögerung hat Microsoft nun doch das My Update für Windows 10 veröffentlicht. Es kann manuell über Windows Update heruntergeladen werden. Version 2.0.0.4 verbessert vor allem Inklusionsfeatures des Betriebssystems, macht den Textcursor sichtbarer und die Vorlesesoftware-Narrator verständlicher. Microsoft Edge benötigt zudem weniger RAM als zuvor. Rechner von Personen, die die Webseiten ebay.de und ebay.com aufrufen, werden auf offene Ports gescannt. Insgesamt prüft eBay 14 Ports, die von Fernwartungstools wie Teamviewer genutzt werden. Eine Antwort, warum eBay den Portscan durchführt, bleibt die Auktionsplattform bisher schuldig. Nachdem Twitter einen Tweet von Donald Trump als irreführende Information gekennzeichnet hat, reagiert der US-Präsident drastisch. Er will Online-Plattformen mit einer neuen Verfügung stärker reglementieren. Diese sollen nicht mehr gegen Nutzerinhalte vorgehen oder für alle Inhalte haften. Es klingt nach Science Fiction. Die US-Marine hat erfolgreich eine Laserkanone getestet. Mit der auf einem Schiff installierten Energiewaffe wurde auf eine Drohne geschossen. Die Navy will solche Waffen gegen unbemannte gegnerische Systeme einsetzen. Die Laser können diese zerstören oder nur blenden, unschädlich machen oder vertreiben. Cherry wird verkauft. Der Investor Argon Partners aus New York will die Mehrheit an dem Tastaturhersteller erwerben. Das Bundeskartellamt muss noch zustimmen. Laut dem Firmenchef geht es Cherry aber gut. Das niedersächsische Unternehmen Jöllenbeck mit der Marke Speedlink hat dagegen einen Antrag auf Eröffnung eines Insolvenzverfahrens gestellt. Die Covid-19-Pandemie habe branchenweit zu einem drastischen Umsatzrückgang beim Verkauf von Elektronikartikeln geführt. US-Präsident Donald Trump hat höchstpersönlich die Teilstreitkraft Space Force gegründet und damit dem Komödianten Steve Carell eine Vorlage für die Netflix-Serie Space Force gegeben. Die ist aufwendig in Szene gesetzt. Es gibt schicke Spezialeffekte auf der Erde und im All, sowie Stars wie Liza Kudrow und John Malkovich. Dennoch springt der Funke wegen der tranigen Drehbücher leider nie so richtig über. Das war's vom golem.de-Wochenrückblick. Bis zum nächsten Mal.